hey leute embers hier und ja es geht wieder natürlich indirekt um raid aber direkt weniger heute um raid denn ich hatte ja in einem vorherigen video mal gesagt dass ich für den dezember zu meinem 3000 abo special fünfmal 540 gems verlosen werde und ja heute ist der erste teil ich habe mir gedacht ich mache es in zwei teilen weil die ersten schon fragen wo bleibst wie sie es aus wollte eigentlich bis kurz vor weihnachten warten aber jetzt habe ich mir gedacht ich mache heute 22 leute die ich auslose und nächste woche kommen die nächsten drei ran das heißt heute kommen zweimal 540 gems quasi auf den weg zu euch bzw dann darauf die tage folgend und ja vorab einmal ich hoffe man kann es sehen ich habe jetzt die neue kamera bekommen habt ihr auch schon gestern im live stream also wenn das video hochgeladen wird vorgestern schon im live stream auf twitch schon mal getestet kam da schon mal sehr gut an hoffe mal auch dass es dann ein mehrwert für die youtube videos gibt dann bin auf jeden fall sehr zufrieden was jetzt noch folgt ich habe immer noch ja die tolle baulampe hier stehen dass ich in naher zukunft dann auch die led lichter dann hinten dran stelle hinter die kamera um einfach generell mehr beleuchtung zu haben denn ich denke man sieht auch den tollen hintergrund und thema hintergrund ein green screen ist auch schon bestellt der braucht noch ein bisschen bis er kommt und dann denke ich mal habe ich vom setup her schon einiges geleistet dass es da nicht mehr so ganz anfängerhaft rüber kommt wie jetzt noch die letzten videos ja hoffe das gefällt euch und mich freut auf jeden fall dass ich da so ein bisschen noch von upgrade dann hin bekomme aber gut nicht jetzt groß rum schnacken um die alten lamellen was heute zählt was wichtig ist es geht um ja die auslosung und ihr habt mir gar nicht so leicht gemacht ja normalerweise habe ich so um die 20 30 kommentare pro video das hat auch mit meinen antworten dann dabei also vielleicht so 10 15 kommentare und jetzt hatte ich videos über 100 kommentare das ist natürlich dann schon mal eine andere hausnummer und ja bei dem giveaway wie ich es angekündigt habe wenn jemand in allen videos quasi kommentiert hat kommt er halt auch mehrfach in den den loszupfen mit rein und dementsprechend sind halt auch einige jetzt mehrfach dann quasi in meiner liste drin und ja ich bin jetzt gerade dabei das heißt ich muss es auf jeden fall katten wer ist gerade dabei die liste hier rein zu schreiben ich jetzt einfach um random zufalls namens generator gegangen einfach bei google und tipp jetzt mir einen ab habe jetzt das erste video soweit durch und jetzt folgen noch ein paar das heißt ich werde jetzt noch ein bisschen copy pasten und dann geht es hier gleich auf ja zweimal draufklicken und zwei leute werden gewinnen also für jeden der jetzt noch nicht weiß worum es geht noch mal als info ihr könnt noch alle teilnehmen ich werde es dann halt nächste woche halt nochmal ein anschlußvideo machen wenn ihr mich abonniert habt kommentiert unter die dezember videos und ihr kommt automatisch mit in den los topf und insgesamt werden fünf mal 540 gems ausgelost das heißt die ersten zwei gehen jetzt mit dem video raus und noch drei weitere auslosung es wird aber auch keiner doppelt gewinnen können also sollte ich jetzt zweimal einen denselben namen auswerten dann kann es halt nur einmal gewinnen ja ich denke das ist für alle fair weil ja soll soll ich möchte ja am liebsten jedem ein paket überweisen können oder gut schreiben lassen könnten klarium aber es geht halt jetzt in der hinsicht nur fünf leute und ich werde auch noch mal ich habe noch vier pakete für twitch die ich verlosen kann in den nächsten tagen also jetzt gerade im dezember immer wieder auf twitch stream link kann ich auch mal unten drunter schreiben und bei twitch werde ich dann immer während dem stream mehr den stream werde ich dann immer mal sagen hier leute schreibt eine 1 in die kommentare jeder der teilnehmen will und dann halt auch dann noch mal die namen dann quasi ja per zufalls generator alternativ ich weiß irgendwie gibt es bei twitch auch so ein zufalls generator so ein bord wo man das überlaufen lassen kann aber das ist irgendwann mal geschichte wo man es mal laufen lassen kann so weit sind wir noch nicht aber wie gesagt das nur als info es gibt auch in zukunft hier immer noch ein bisschen was mitzunehmen für jeden freue mich auf jeden fall wie gesagt sehr über euer feedback über euer support dem einen oder anderen habe ich auch schon mehrere male geschrieben das heißt die namen bleiben auch in erinnerung aber okay gut ich habe jetzt lang genug erzählt ich tippe jetzt noch weiter die namen ein und dann sehen wir uns gleich wenn es spannend wird also bis gleich okay leute es ist soweit ich habe gefühlt tage gebraucht um diese liste zu vervollständigen alle namen sind eingegeben ich bin froh dass ich das jetzt geschafft habe und ja wie ich denke mal wir klicken einfach zweimal drauf ich habe mir schon mal die die liste copy paste dass ich dann beim nächsten video nächste woche nicht noch mal alles eingeben muss sondern einfach nur noch die videos die dann jetzt dazu oder nachfolgen kommen einfach noch mal da ergänzen brauche das bestimmt eine geniale idee gewesen um einfach sich die arbeit zu erleichtern also ich drücke euch allen die daumen wie gesagt ich kann leider nicht jedem einen ein giveaway geben aber in zukunft wer auf dem kanal bleibt sowohl bei youtube als auch bei twitch zukunft wird es des öfteren dass in zukunft weiterhin geben also drei zwei eins wir haben macht der schutz glückwunsch an dich und ja ich trete mit dir in kontakt und dann würde ich dich deine planung id bitten jeder gebraucht keine e-mails das sind kein person und nur die id dann nehme ich mich an planung weiter und dann wird es auf deinem kopf gut gehen und ein zweites mal geht es an Mark die Mark auf dir herzlichen Glückwunsch du bist einer der beiden gewinner und auch bei dir ich werde mich mit dir in verbindung setzen und wie gesagt ich drücke euch allen die daumen und vielen dank für eure support leute und alles so weiter bleibt gesund bis nächstes video und ich bin euer jemals ich bin auch